Also dass der Scholz da hingeht, ist gar nicht so verkehrt. Es ist vielleicht mal zehn Jahre zu spät, aber gut, da ist es halt so. Ich habe hier nochmal den Zinsvergleich Euro, US-Dollar mit reingenommen. Die Amerikaner prügeln den Zins nach oben. Das wird jetzt am 22. März werden die nochmal neu entscheiden und die EZB ist am 15. März dran. Zinsen, steigende Zinsen sind jetzt für Wachstumswerte wie die Nasdaq in der Regel jetzt nicht gerade Treiber. Ich gehe davon aus, dass da auch ein bisschen die Luft rausgeht, weshalb eben auch so ein Dow Jones oder hier auch ein Eurostox vielleicht wieder ein bisschen Outperformance oder ein bisschen aufholen kann. Ich habe euch die Zinsen mal hier so drunter gelegt. Die sind jetzt ein bisschen verzogen, aber ich wollte euch einfach hier mal mit dem Jahr 2000 und 2023, habe ich das mal übereinander gelegt, zeigen, dass die großen Krisen dann starteten, wenn der Zins stagnierte oder angefangen wurde zu senken. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal ein. Also Reiseunternehmen. Ich habe jetzt mal hier Travel and Leisure und den Dow Jones Transportation eingeblendet. Und warum mache ich das? Du hast mir geschrieben Airbnb. Ich wollte mal auf die Lufthansa gucken. Und dann sind das Reiseunternehmen, sind das Tourismus, ist das Travel and Leisure oder gehört das zum Transport? Und ich denke, da kann man streiten. Es ist Transport von Menschen. Die Lufthansa ist ja jetzt da oder da drin. Und wenn man den Chart übereinander legt, dann siehst du, sie sind schon recht korrelativ. Also sie wirken gleich. Zuletzt war der Transport hier stärker als die Freizeitaktien. Also gerade in der Nach-Corona-Phase. Hier haben wir die Deutsche Lufthansa. Bei der Deutschen Lufthansa war für mich die Frage, die hat jetzt ordentlich zugelegt, ist das jetzt ein Short-Kandidat? Vielleicht nur auch kurzfristig, weil sie tradingtechnisch etwas überhitzt ist? Oder ist die so stark zurückgeprügelt worden, dass sie mehr oder weniger, ich sage mal, wieder fair bewertet ist? Ich habe den Trader Fox mal bemüht. Dann sieht das so aus. Und der setzt den Kurs ins Verhältnis zum Umsatz der letzten drei Jahre. Also diese Bewegung hier, die du hier siehst, die war von einer Unterbewertung ins Verhältnis zum Kursumsatz in eine Überbewertung hinein. Also mehr oder weniger noch im Rahmen des statistischen, das sind so Standardabweichungen. Das, was wir hier jetzt sehen, ist völlig daraus. Wir haben einen fallenden Umsatz und einen extrem nach oben explodierenden Lufthansa. Moment mal, sind denn da die jetzt bekannten Zahlen schon drin? Gib mir doch mal bitte den Chart, den Bildschirm. Das Bild. Also, das habe ich, wer mir auf YouTube folgt, weiß, ich habe das jetzt gestern gesagt. Wir sind, ich bin Business Class nach Thailand geflogen, weil ich habe keine Lust, da zwölf Stunden hinten drin zu sitzen. Das tut mir einfach nur weh. Das hat 2.800 Euro gekostet und der gleiche Flug mit einer Lufthansa-Maschine dann hätte am gleichen Tag in der gleichen Sekunde 3.800 gekostet. Also, 1.000 mehr. Und die Lufthansa hat halt sehr viel von denen, natürlich haben die, du hast es eben schon richtig gesagt, die haben viel Transport und wenig Touristen. Jetzt haben wir die ITB. Wir haben also unglaubliche Touristenzahlen. Momentan, wir sind schon wieder vor dem Corona hoch, sind wir momentan mit den ITB-Zahlen. Und jetzt ist es hier so, wir sind mit der Lufthansa gerade gestern oder vorgestern sind wir hier in das Prä-Corona hochgekommen. Das war kurz bevor Corona dann richtig ein Thema wurde. Und die kommen von dem Bereich hier oben 16, 17. Ich habe, natürlich sind wir hier technisch hoch. Das ist auch das, was deine Wellen da eben wieder gespiegelt haben. Aber nochmal, die suchen ja nicht umsonst 20.000 Leute. Ich weiß nicht, wie viele sie davon haben. Die haben den Laden wirklich gut durch diese Krise gebracht. Während die Tireways vor drei Jahren pleite war und sich von den, ich weiß nicht, wie die Flugzeuge heißen, diese schönen, großen, ganz ruhigen, fliegenden, wirklich geflogenen Flugzeugen alles verabschieden mussten. Die Lufthansa hat die teilweise auch noch. Und eine Lufthansa, du hattest eben auf dem Chart diese Bewegung hier drin. Im Moment, ich habe jetzt den Tagesschart. Komm, ich mache mal einen Wochenchart, dann sieht man das besser vielleicht. Das war diese Bewegung hier. Das werde ich nie vergessen. Von 6,5. Und was haben die Leute da reingefixt? Und dann ging das hoch auf 22, bis dann die Deutsche Bank hier oben gesagt hat, wir nehmen Lufthansa auf die Kaufliste. Das werde ich nie vergessen. Das war eine kurze Unterbrechung. Und hier die zweite. Die Lufthansa, wenn der Kran nicht fliegt, dann fliegt er. Und wir haben von dieser Bewegung hier nur diese klitzekleine, das ist jetzt Wochenchart, eine Kerze, eine Woche, diese klitzekleine Bewegung und so gehen schon wieder hoch. Ich sehe, dass das technisch alles hoch ist. Aber den Lufthansa zu fixen, das würde ich nie machen. Also die Short zu gehen, das ist, glaube ich, wo willst du denn da hin? Vielleicht hier auf 9,90. Ja, da sind wir 1 Euro, das sind 10%. Wenn es reicht, schön. Ich mache es nicht. Und dazu ein Tipp vielleicht an diejenigen hier, die zuhören und sind eher kurzfristig orientiert. Wenn ein Chart, sorry, ich gehe nochmal auf den Tag, so wegrennt und man überhaupt keinen Rücksetzer sieht, außer diesen kleinen, wo man, und jetzt hier diesen da, dann hilft es oftmals, wenn man sich einen Stopp setzt, zum Beispiel am 4 Stunden Zwischentief. So was zum Beispiel. Das wäre dann hier. Das wäre hier. Das ist hier. Das hilft dann oftmals, weil die rennt dann so weit weg, dass man nicht, ach, lieber Gott, ja, wo soll ich denn da einen Stopp legen? Ich habe ja keinen Zwischentief irgendwo, wo ich mich irgendwo mit einem Stopp hinlegen kann. Das mal so als Hinweis. Ich bin vollkommen bei dir, dass die technischen Indikatoren sehr hoch sind. Ich habe nicht einen Grund irgendwo, aber nur den Hauch eines Verkaufssignals, außer hier im kleinen Widerstand. Und selbst wenn, wäre ich nicht bereit, die Short zu gehen, sondern ich würde die dann eher hier in diesem Bereich hier, da in dieser Kiste, wie geht das? So geht es gerade, nee, so, halt auch, könnte ich auch so machen, ja. In dieser Kiste hier möchte ich die gerne lieber kaufen. Ich gehe die nicht Short. Mit Lufthansa geht man nicht Short. Also, ich, ich, nicht nach so einer Bewegung. Ich mache das nicht. Das ist mir zu gefährlich. Gut, gucken wir mal Airbnb. Airbnb, weil wenn wir schon reisen, da sind wir auch. Ich mag Airbnb. Ich benutze es, sagen wir mal, jetzt in den letzten zwei Jahren nur einmal im Jahr, aber ansonsten bestimmt zwei, dreimal im Jahr, vor allem, wenn ich mit mehreren Leuten irgendwo hingehe. Was weiß ich, Pamplona oder Sevilla oder sonst wohin. Und wir sind da zu sechs, zu sieben, zu acht und wir nehmen uns dann eine Wohnung mit vier Zimmern. Das kostet ein Apfel und ein Ei. Das kann mir kein Hotel bieten, ja. Und dann brauche ich ja, wenn ich da mit sechs Jungs unterwegs bin, da brauche ich ja nichts zu essen. Da brauche ich mal ein Kasten Bier. Und das reicht, ja, das kennst du, Falk. Und deswegen, was hat die gemacht? Die sind hier auch vom ersten, ersten diesen Jahres. Die waren bei 80 und sind dann hochgedreht auf 144. Was sie jetzt machen, machen wir mal ein Fadenkreuz raus. Die machen nichts anderes als im Moment eine kleine Korrektur auf das 38er FIBO-Level. Alles dreht hoch. Die haben insgesamt sehr gute Zahlen. Und die Leute, ich habe jetzt auch schon wieder was, ich wollte was buchen jetzt für Wien, aber das ging da nicht. Die Airbnb, das ist ein Selbstläufer. Solange sie kein Problem kriegen, wie zum Beispiel in Amsterdam, da darf man jetzt also die, das ist aber schon länger her, darf man, glaube ich, die Wohnung nur drei Monate oder so was im Jahr vermieten wegen Airbnb, sonst gibt es richtig Ärger. Und da gibt es jetzt auch ganz viele strenge Vorschriften, verstehe ich alles. Nichtsdestotrotz, ich habe nichts dagegen, mir eine Airbnb-Wohnung zu geben. Ich bin nie reingefallen damit. Ich fand das sehr gut. Mir hat das Spaß gemacht. Und vom Chart her, das ist natürlich hier ein fettes Brot gewesen. Da sieht man auch dieses Gap hier. Da haben sie die Zahlen bekannt gegeben und dann sind die durch die Take. Irgendwann erschöpft sich sowas mal. Aber die Korrektur ist sensationell. Ich lasse die sogar, ich würde die sogar noch lieber sehen, aber hier runter aufs Band, so eine 112. Aber das ist definitiv eher ein Long als ein Short. So würde ich die formulieren. Und da ging es mir hauptsächlich eben um dieses Fibus hier, die da angelegt sind. Und damit gebe ich dir den Bildschirm wieder. Jo, den hole ich mir gleich wieder. Warte mal, hier wünscht dir noch jemand viel Erfolg mit der Presseabteilung von der Lufthansa. Die Antworten noch geschönter als der Herr Seifert in der Bundespressekonferenz. Okay. Da muss man den Herrn Seifert, der ist ja schon abgetreten. In der Corona-Phase habe ich den auch stundenlang geguckt. Also aalglatt. Ich probiere das mal. Ich sage einfach, ich bin Aktionär. Klären Sie mich mal bitte auf. Da dürfen Sie mir natürlich nichts anderes sagen. Aber ich probiere das einfach mal. Streisheit siegt. Was soll das? Ich mache das morgen. Gut. Hier kommt noch mal die Frage, wie wäre eine Problematik mit einer Rezession? Würde da nicht zu einem brutalen Abverkauf in den Airlines führen? Ja, bestimmt. Airlines, Immobilien, Autos, Rezessionen. Da muss ich drüber reden. Aber wir haben ja keine. Also ich sehe keine. Heute hier und jetzt haben wir keine. Ob wir reinkommen oder nicht, weiß ich nicht. Ich glaube, wir schlittern dran vorbei, zumindest in Europa. Aber logisch, wenn da nichts ist und die Leute verlieren ihre Jobs und können einen Flug nicht zahlen. Klar, dann buchen sie keinen Flug. Dann ist das schlecht für die Airlines. Logisch, genau wie für die Autos, wie für HelloFresh, für Delivery Hero und wie sie alle heißen. Ganz klar. Gehen wir mal zum nächsten Thema über Automobile und Zulieferer. Ja, ich habe da, wir hatten ja schon eben was zu Conti gesagt. Ja, ist ja einer der Zulieferer. Ich habe euch jetzt hier mal aus dem Euro Stocks 600 die Automobile und Zulieferer eingeblendet und die stehen kurz vor Allzeit hoch. Müsste man ja sagen, da brummt der Laden. Wie siehst du das? Also die Zahlen von VW, die waren erstaunlich. Das waren Kracherzahlen. Das hatte ich vorhin schon erwähnt. Die VW hat halt Umsätze, die sie nicht machen könnte, durch eine Margenerhöhung wettgemacht. Das sind Kracherzahlen. Ich glaube, die geben jetzt halt alle mal langsam ein bisschen Gas mit den Elektroautos oder so. Also ich habe keins. Ich habe einen Benziner. Ich habe mir gedacht, ich warte noch vier Jahre. Ich werde wahrscheinlich dann was anderes kaufen als VW. Aber so wie ich das höre, werden diese ganzen kleinen VWs, ich habe keine Ahnung, wie die heißen, die werden gut gekauft. Das wird gut gemacht. Und VW ist auf einem, also qualitativ, ist firmensqualitativ auf einem sehr guten Weg. Und der Kelenius macht bei Mercedes auch einen super Job. Aber würde ich das jetzt shorten? Aktuell nicht. Aber es gibt einen Kandidat, den ich shorte. Den will ich euch mal vorstellen. Und das ist Tesla. Hast du schon mal Tesla Long, Tesla Short? Hast du da gemeint? Ich hatte Tesla Short, ja. Und ich hatte sie auch Long bei, was war denn das? Ich glaube, 103 oder so was. Aber dann habe ich es ja bei 100, könnte es sein, 104, wo stehen die denn jetzt? Ja, ja, 144 gegeben. Ich habe gedacht, ich bin der König. Und dann stehen sie 200, also jetzt in Euro. Aber ich habe gedacht, wow. Ja, und ich habe irgendwie 40 Punkte mitgenommen. Und da habe ich wirklich gedacht, super. Ja, und dann gehen die nochmal ein Stück steil. Ja, für mich ist die Tesla so eine Ausgeburt der Liquiditätsschwemme. Und auch eben ein Hoffnung. Der Elon Musk hat ja selbst gesagt, wenn sie es nicht bald schaffen, autonomes Fahren in ihre Teslas zu integrieren, dann sind sie brutal überbewertet. Und ich habe mich dann mit dem Bereich künstliche Intelligenz und wie weit sind die denn tatsächlich mit autonomem Fahren mal beschäftigt? Und das ist ja erschreckend. Ja, also da kann man als Fan sagen, ja, das haben die bald. Aber wenn man da ein paar Profis mal fragt, dann sind die da noch lange nicht so weit. Und das Problem beim autonomen Fahren ist gar nicht, dass sie das Auto nicht lenken können. Das können die. Aber das Auto kann nicht so denken wie ein Mensch. Und da gibt er ein Beispiel an. Du fährst durch die Stadt, hast vor dir ein Müllauto und dann bleibst du stehen. Der normale Mensch fährt an dem Müllauto vorbei über den Seitenstreifen. Und es kommt zu keinem Verkehrschaos durch ein Müllauto. Ein autonomes Auto wird das nie machen. Das kann nicht über den Mittelstreifen. Und dann haben die hochgerechnet, das würde den Verkehr in allen Straßen, in allen Städten zusammenbrechen lassen. Und das geht erst dann, wenn eine autonome, eine künstliche Intelligenz solche Situationen entscheiden kann. Und dann kommt die Versicherung ins Spiel. Wer zahlt denn, wenn was passiert? Das müsste in dem Fall dann Tesla machen. Und die werden kein Auto mit autonomem Fahren ins Rennen schicken, wenn sie bei jedem Unfall den Unfall bezahlen müssen. Das ist ein rechtliches System, was da noch hinter steht. Und da habe ich mich dann entschieden, weißt du was? Ich probiere mal einen Short. Und hier seht ihr mal meinen Arbeitschart. Also wir können das fundamental betrachten hin oder her. Es gibt die Pros, es gibt die Contras. Ich will es jetzt fundamental gar nicht bewerten. Ich habe es jetzt mal charttechnisch bewertet. Das, was du hier siehst, ist so eine richtig klassische Toppingbildung. Abwärtstrend und der Abwärtstrend geht in eine Beschleunigung über. Dann, das war für mich so ein Highlight, hat Tesla in kurzer Zeit über 100% zugelegt. Gute Zahlen geliefert. Sie haben ja tatsächlich, aktuell sind sie ja profitabel. Und sind eben nicht über den Abwärtstrend drüber gekommen und auch nicht über die 200-Tage-Linie. Und da habe ich mir dann gedacht, hier am, wann war es? 22. Februar. Ich probiere mal einen Short. In dem Fall auf einen Swing. Und wenn der Swing anläuft, dann ziehen wir den Stop Loss relativ schnell an. Du siehst, ich habe hier meinen mentalen Stop gelegt. Den habe ich jetzt nach unten angezogen, fast auf mein Einstandsniveau. Und du siehst in rot auch meine Prognose. Was habe ich bei der Prognose gemacht? Ich habe meine Intermarket-Indikatoren genommen und habe die letzte Abverkaufsphase. Mehr oder weniger, siehst du hier, ich habe das gespiegelt. Und habe das einfach hier hinten mal dran gesetzt. Einfach nur als Idee. Und den Trade lasse ich gerade laufen. Ich habe den auch ein bisschen größer. Ich habe den auf YouTube kommuniziert. Da habe ich einen Trade draus gemacht. Ich habe ein bisschen größer. Normalerweise mache ich das mit einer recht überschaubaren Positionsgröße. Ich habe mir jetzt gedacht, wenn dieser Trade hier aufgeht, kann man sich dann von dem gewinnenden Tesla kaufen. Ich habe dann mal 20.000 Euro probiert, in den Trade zu setzen. Und dann wurde ich aufgeklärt, dass das in der Regel gar nicht reicht. Der billigste Tesla kostet 43.000 Euro oder Dollar. Ja, aber der will ja die Preise jetzt wieder irgendwo runternehmen, hat er doch irgendwo geschrieben. Genau. Und ich habe mich damit auch näher beschäftigt. Und da habe ich mir gesagt, ja, warte mal, es gibt dann auch, die Katie Woods ist ja ein Tesla-Fan. Die hat dann gesagt, hat auch eine Auswertung gemacht. Tesla müsste eigentlich steigen bis, was weiß ich, 700 US-Dollar. Da kommt dabei raus, das schaffen die nur, wenn sie das autonome Fahren hinbekommen oder ein massentaugliches Tesla-Modell hinbekommen, das die Masse wirklich kaufen kann. Die Katie Woods redet nach ihrer Position. Die reden ganz klar nach ihrer Position. Das würde ich überhaupt nicht alles nennen. Ja, eben. Das hat meinen Short bestärkt. Ja, da habe ich mir gedacht, okay, wenn sich dann die Leute, die da long sind, das schon schön reden, dann shorte ich erst weiter. Ja, das hat mich auch dazu bewogen, den Short weiterzumachen. Und das wollte ich einfach mal weitergeben. Der Trade läuft gerade schön an. Also die Position, ich habe da einen höheren Hebel auch genutzt. Die ist jetzt 40 Prozent im Gewinn. Und die, da lassen wir jetzt nichts mehr anbrennen. Ihr seht, vielleicht für die, die den Trade mitmachen, so aus unserer Community. Ich rechne damit, dass es nochmal eine Gegenwehr gibt, dass das Ganze hier innerhalb dieses Topping-Prozesses auch nochmal nach oben geht. Das sieht so harmlos aus. Diese kleine Bewegung hier, das sind fast 15, fast 20 Prozent mit einem Hebel 5. Das tut schon weh, wenn das gegen dich läuft. Und da wollte ich einfach die Leute, die mitmachen, darauf hinweisen, man kann aus dem Trade noch rausgeschüttelt werden. Man hat jetzt so schöne Gewinne, dann läuft das nochmal gegen ein, man lässt sich ausstoppen. Und ich würde dann einen zweiten Versuch wagen, falls der Trade doch nochmal anläuft. Also ich habe so ein Trading-Szenario im Kopf und da bin ich dann auch ein bisschen hartnäckiger. Ich probiere das jetzt ins Rennen zu bekommen. Es sei denn, die Indikatoren drehen und wir kriegen hier eine Trend-Bestätigung. Dann wäre der Trade für mich tatsächlich vom Tisch, aber aktuell sieht es weiterhin für mich sehr short aus. Warte mal, ich wollte mir gerade die WKN mal notieren. Das UK, was war das? UK? UK7, Henry, Elfriede, Falk. Falk, klar. Den Short, den habe ich damals gekauft. Den muss ich mir mal genau anschauen, was das ist. Moment. Aber mach mal weiter, ich gucke mir den hier nebenan. Genau, wie gesagt, der ist schon angelaufen. Der war damals Hebel 5, der müsste jetzt ein bisschen geringer sein. Klar, der Hebel nimmt dann ab. Gut, das war zu Tesla. Dann du wolltest vielleicht noch was zu einem elektrischen Hersteller von E-Autos sagen. Ich denke, das passt an der Stelle ganz gut. Dann wollte ich aber noch mal den. Ja, bitte. Und jetzt war ich noch, und die kann man gar nicht an der Beurteilen. Ich gebe mal einen Tipp, wenn ich gefragt werde, wie baue ich denn Depot auf? Dass ich sage, schaut euch doch mal um mit dem, was ihr euch umgebt. Welche Versicherung habt ihr? Welche Bank? Welches Auto? Welches Essen? Was auch immer ihr da habt, welches Handy, welche Kleidung? Schaut da mal rum und fangt mal damit an. Und Auto ist halt so eine Geschichte. Und jetzt war ich also, was ich gar nicht wusste, MG. Das Auto MG, das ist ja auch in chinesischer Hand, war mir also völlig fremd. Und da habe ich jetzt in Thailand auch eine ganze Reihe von denen gesehen. Und ich habe BYD gesehen. Erstmal in meinem Leben, BYD Auto. Das Ding hieß Atto oder Atta. Ich habe es irgendwo aufgeschrieben. Ich glaube, es hieß Atto. Also die haben drei Modelle, auch hier in Deutschland. Ich glaube, Atto. Ich habe mich da, ich habe dann mit dem gefragt. Das war, das war ein Engländer, der da wohnt. Er hat gesagt, und? Er sagt, sei total zufrieden. Ja, ich meine, das war Koh Samui. Da ist, da fehlt er nicht so viel. Das ist ein 70 Kilometer rumrum. Da kann er viermal mit seinem Wagen da rumfahren oder fünfmal. Aber er hat dann gesagt, hier, setze ich mal rein. Das ist unglaublich. Mal abgesehen von so für den Fans. Du hast also in der linken Seitentasche, da hast du so Gitarrenseiten. Da kannst du so ein bisschen Gitarren spielen. Ich weiß nicht, was das soll. Aber egal wie. Das Ding ist super verarbeitet. Ich war total überrascht. Ich habe gesagt, hier, das ist alles, wenn du da mit dem Finger drüber gehst. Ich hatte auch mal ein japanisches Auto. Das war ein Honda. Nach zwei Jahren gingen da überall die ganzen Leisten hoch. Und so war damals nicht so schön. Aber das war richtig. Das riecht gut. Das hat tolles Leder. Alles Nappa-Leder. So wirklich ganz toll verarbeitet. Daraufhin habe ich mir dann als zurückkam, mal die verschiedenen YouTube-Filme von Autotestern angeschaut. Und freundlicherweise hat mir jemand auch Filme oder Links zukommen lassen über die Crash-Tests. Weil das wollte ich wissen. Weil manchmal ist ja ein schönes Auto nicht unbedingt das sicherste. Und die haben eigentlich alle Crash-Tests, so wie ich das gesehen habe, ziemlich gut überstanden. Sogar mit zwischen Fahrer und Beifahrer gibt es dann auch so ein Airbag. Und dann habe ich nicht den Kopf von meinem Beifahrer bei mir am Schädel. Also wirklich gut, muss ich sagen. Jetzt ist die Reichweite anscheinend auch in Ordnung mit 400 irgendwas Kilometern. Und die haben eine andere Batterie. Das ist also nicht die Batterie, wo die Feuerwehr mal sagt, oh, das Ding können wir nicht löschen. Sondern es ist anscheinend, ich kenne mich jetzt damit echt nicht so sehr aus. Also das Ding hat mir gut gefallen. Daraufhin habe ich mir das angeschaut. Jetzt gehe ich mal mit euch hier in den Monat rein. Der Warren Buffett hat die schon vor vielen, vielen Jahren gekauft. Als ich das erste Mal gehört habe, irgendwo so zwischen 2 und 5 Dollar hat er die gekauft. Jetzt hat er, ich glaube, nur noch 13 Prozent. Darf ich mich bitte nicht festlegen. Der hat also immer mal wieder was verkauft. Wir sind, oh Mensch, ich mache das hier raus. Wir sind, das ist jetzt der Monatschart, eine Kerze, einen Monat. Wir bekommen hier eine Stabilisierung rein über einen Trendfolger. Wir werden leicht positiv über einen Oszernator. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Wir haben letztendlich hier eine Seitwärtsphase seit, wann ist es 2021? Mit insgesamt recht engen Bändern, die zwischen 20 und 38 verläuft. Das heißt, wir sind da mittendrin. Das ist die 20-Monats-Linie hier. Und jetzt fangen die an, hier nach Deutschland zu verkaufen. Amerika, weiß nicht, ob sie da verkaufen können. Ich kann mir vorstellen, dass die Amis da was dagegen haben. Aber nicht nur, ich finde das Auto schön, muss ich wirklich sagen. Ich finde es wirklich schön. Ich habe jetzt hier kein Bild davon, aber das ist auch egal. Dass es schön ist für jeden relativ. Manche finden auch einen Tesla schön. Ich finde ihn nicht so schön. Aber das Ding ist, also, da musste ich hinterher gucken. Was ist das denn? Also wirklich schön. Dann von Wochencharts sind wir noch leicht negativ, sodass ich davon ausgehe, dass wir auf Wochensicht, wir sind es hier an der 20-Wochen-Linie. Wir waren eben an der 20-Monats-Linie. Das ist jetzt die 20-Wochen-Linie. Dass wir vielleicht nochmal in diesen Bereich hier reingehen können, so ein bisschen unter die 25. Aber eben vor dem Hintergrund des Monatscharts gehe ich davon aus, die werden irgendwo ihre 40 in den nächsten sechs, sieben Monaten wieder sehen. Warren Buffett wird mit Sicherheit seinen Anteil mehr dann da abverkaufen, weil der liegt so weit vorne und dem gefällt das wahrscheinlich auch alles nicht, was zwischen China und Amerika da los ist. Der wird das bestimmt irgendwie verkaufen. Aber ich glaube, wenn das hier mehr publik wird und soweit ich weiß, sind die Preise absolut akzeptabel, verglichen auch mit anderen Herstellern, ist das ganze Ding hier für mich eher ein Weg nach oben. Also das ist für mich echt eine Alternative. Ich meine, ich fahre jetzt einen kleinen Sportwagen, aber wenn ich 60 bin, dann kommt der weg und dann brauche ich auch einen, wo ich nicht mehr so tief reinfalle oder wo zumindest keiner der Umstehenden lacht, wenn ich da aussteige. Und dann wäre das durchaus eine Alternative, so möchte ich es mal sagen. Ich habe gehört, die Chinesen, da war die Frage, ob Tesla einen Absatzmarkt in China oder Indien oder sowas hat, dass die dort drüben mittlerweile ihre eigenen Automarken bevorzugen. Dass die gar nicht sagen, wir wollen den deutschen Automobilhersteller, wir wollen nicht das amerikanische Auto, sondern dass der Wettbewerb da mittlerweile so hart ist, dass die tatsächlich ihre eigenen auch bevorzugen. Ich kann es nicht bestätigen, ich habe es mir nur sagen lassen von Leuten, die drüben waren, dass der Automarkt in China, in Indien härter umkämpft sei als hier in Europa. Das kann ich mir vorstellen. Aber der Tesla hat doch die Preise neulich runtergenommen in China. Da hat er, glaube ich, ziemlich einen Ärger bekommen. Logisch, wenn ich ein Auto kaufe für 40.000 und morgen kriege ich das gleiche für, was weiß ich, 30. Ich glaube, da wäre ich auch slightly pissed. Das fände ich auch nicht so lustig. Ich weiß nicht, wie das Problem gelöst hat. Das war in der Zeit, in der ich nicht da war und da wollte ich mit Börsen nichts zu tun haben. Aber ja, das ist bestimmt. Ich war das erste Mal in meinem Leben in einer Stadt mit Smog. Das war Bangkok. 33 Grad, gefühlte 40, es war trocken, aber da bin ich selbst ich freiwillig mit Maske rumgelaufen und war froh, wenn ich in irgendeinem Laden drin war. Aber ich weiß, dass Peking extrem und Shanghai, glaube ich, auch extrem Smog hat. Also da möchte ich eigentlich gar nicht, vor dem Hintergrund möchte ich da gar nicht hin und die müssen irgendwie was machen. Nur, tja, sie brauchen halt auch den Strom dafür. Das ist ja das Gleiche wie in Deutschland hier. Na gut, aber hol dir mal den Bildschirm wieder. Nee, aber lass uns, du wolltest Siemens Energy nochmal ansprechen. So, soll ich die gerade machen?